Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, Sprache zu dem Geländen, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und hier sagt Jesus, der Sohn des Menschen, er spricht von sich selbst als dem Sohn des Menschen. Und dieser Titel Sohn des Menschen, den finden wir das erste Mal im Matthäus-Evangelium und somit auch das erste Mal im Neuen Testament überhaupt, im vorherigen Kapitel, in Matthäus Kapitel 8 in Vers 20, wo es nämlich heißt, Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Immer wieder spricht Jesus von sich selbst als von dem Sohn des Menschen. Das ist ein Titel von Jesus, der aus dem Alten Testament kommt, und zwar aus Daniel Kapitel 7, Vers 13. Und da heißt es, Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht zugrunde geht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Also eine Prophezeiung natürlich auf Jesus Christus hin, ein Vers, der auch erinnert an Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 vor allem, wo es heißt, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Also er kommt mit den Wolken, genauso heißt es hier, Daher kommt dieser Titel von Jesus, der Sohn des Menschen, ein Titel, der natürlich Jesu Menschlichkeit betont. Jesus Christus ist zu 100% Gott, zu 100% Mensch. Und diesen Titel, Sohn des Menschen, finden wir hauptsächlich im Matthäus-Evangelium. Was Sinn macht, denn das Matthäus-Evangelium ist das Evangelium, das sich eben am meisten auf das Alte Testament bezieht, wo es immer wieder heißt, da wurde erfüllt, was durch den Propheten geredet wurde, der sprach oder so ähnlich. Oder da wurde erfüllt, was der Herr durch den Propheten Jesaja gesagt hat. Und deshalb denken viele Leute, dass sich das Matthäus-Evangelium hauptsächlich damals an Jugend gerichtet hat. Natürlich, die ganze Bibel ist für alle Menschen da. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht, sagt Jesus zum Beispiel. Aber es ist durchaus sinnvoll zu sagen, dass Matthäus sich mit seinem Evangelium hauptsächlich damals an Jugend gerichtet hat, um ihnen zu zeigen, wie eben immer wieder alttestamentliche Prophezeiungen erfüllt wurden. Und daher auch der Sohn des Menschen ist ein Titel, den wir in allen Evangelien finden, aber hauptsächlich im Matthäus-Evangelium. Und Daniel Kapitel 7, Vers 13 ist ein faszinierender Vers, wo wir eindeutig den Sohn des Menschen, Jesus Christus, den Sohn Gottes, im Alten Testament finden. Das ist aber nicht der einzige Vers im Alten Testament, wo der Sohn Gottes erwähnt wird. Und zwar ist es auch ganz konkret in Sprüche Kapitel 30, Vers 4. Das ist auch ein faszinierender Vers. Da wird ganz konkret der Sohn Gottes erwähnt. Und zwar heißt es in Sprüche Kapitel 30, Vers 4. Wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Und da würde natürlich jeder Jude sagen, ja, natürlich Gott. Und hier ist das Ding, heutige Juden glauben nicht an das Alte Testament. Denn wenn sie Mose glauben würden, so würden sie auch Jesus glauben. Denn Jesus sagt, denn von mir hat er geschrieben. Also natürlich glauben sie nicht an das Alte Testament, aber sie müssten eigentlich zugeben, ja, natürlich geht es hier um Gott. Ich meine, wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Das muss sich natürlich um Gott handeln. Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes? Oh, nein, 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 das kann nicht sein. Gott hat keinen Sohn. Oder wie auch die Moslems sagen, Gott hat keinen Sohn. Aber hier wird eindeutig, hier geht es natürlich eindeutig um Gott. Dann heißt es, was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Und hier wird der Name seines Sohnes, Jesus natürlich noch nicht erwähnt, aber den erfahren wir dann im Neuen Testament. Also, Jesus kommt im Alten Testament vor. Es gibt viele tolle Verse, die man dazu zeigen kann. Dein Kapitel 7, Vers 13 ist ein toller Vers. Sprüche Kapitel 30, Vers 4. Aber auch noch weitere Verse.